So kann man Edgar mit einem Brock ganz einfach einsperren. Und jetzt kommt's. Brock da unten eingesperrt. Edgar denkt sich, na, das ist aber eine leichte Beute, springt rein, aber Brock springt raus. Und jetzt ist Edgar gefangen und die Frage ist natürlich, hier kommt Edgar noch rechtzeitig raus da. Das sieht hier nicht so aus. Brock ruft hier schon die ganze Zeit und Edgar ist erledigt. Super Trick, versuch das mal. Damit du diesen Trick versuchen kannst, brauchst du dieses Gadget hier von Brock, Raketensenkel, damit kann er springen.